Kategorie 1, Neuheit 2016, das Bengal Fire Assortment von der Firma Bruckhof. Vier Stück sind drin. Da gucken wir uns die Einzelnen mal an. Hier sieht man auch schon einen mit lila, blau, silber und roter Abdeckung. So sehen die Einzelnen aus. Ein Stück hat die NEM-Zahl von 7 Gramm, sprich die holen auch alles raus, was erlaubt ist in Kategorie 1. Brennt aber ca. 22 Sekunden. Und ja, Blue Bengal Fire, da bin ich auf jeden Fall schon gespannt auf die. Und dann gucken wir uns die einfach mal an. Das Bengal Fire Assortment von Bruckhof. Zuerst Silber oder Weiß. Sehr hell und eine gute Brenndauer. Jetzt der rote. Zuerst Silber oder Weiß. Auch der hier ist sehr langbrennend und eine gute Leuchtkraft. Jetzt der lila. Zuerst Silber oder Weiß. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow, absolut top. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert das Assortment.